Gut, dann fangen wir gleich mal an. Also, beschreib mir mal, wie das bei dir weh tut. Also, es ist in der Ferse. Eben, tut das weh, ja. Und wenn du läufst... Wenn es hier aufgeht halt, dann ist es so gut. Und gerade jetzt tut es auch gut. Ja, ja. Okay. Kurz, dann fange ich mal gut. Im Namen Jesu des Heiligen Geistes, du bist jetzt geheilt, dein Schmerz ist jetzt weg. So. Jetzt, beweg dich mal, so wie du es normalerweise. Bewegst du, wie ist das? Es ist ehrlich. Alice, jetzt sofort? Ja, erstmal. Ja, aber das ist ganz normal. Das passiert bei uns immer so. Du kannst hier tausende Videos sehen von Thorsten. Zeig dir das mal. Ich muss das nicht sehen. Also, du weißt es. Ja, also, ich... Kannst du in die Karte gehen? Ja, genau. Pass auf, dann geben wir dir mal diese Karte hier. Ja, danke schön. Deswegen machen wir das auch, weil wir es auch so genial finden. Wie macht ihr das denn? Wir machen das nicht. Das macht Gott. Schaut, das ist ja nicht die Hand. Da ist ja nichts. Das ist nur, dass wir dir zeigen, dass es funktioniert. Wir machen das Experiment, dass jeder das mitkriegt. Das ist alles. Aber Gott macht das. Wir vertreten ja nur Gott und Jesus. Ich bin begeistert. Ja, wir auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön euch. Hey, hallo. Super. Dann schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön. Bitte. Unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, es ist unglaublich, aber wahr. Tschüss. Ich bin begeistert. Vielen Dank.